Mr. Mike Mr. Mike Yo, es ist Mr. Mike Heute mit einem Sneaker, auf den ich wirklich schon lange gewartet habe von Peak, der Andrew Wiggins AW1 Ganz neu auf dem Markt, jetzt endlich in Deutschland eingetroffen Ihr könnt ihn bestellen bei www.peaksport.de Und warum ich mich auf diesen Sneaker so gefreut habe Weil man kann jetzt wirklich behaupten Das ist so der Ferrari gerade aktuell unter den Peak Sneakern Der ist für und mit Andrew Wiggins exklusiv angefertigt worden Nach seinen Wünschen Und hier wurde einfach verbaut Was man einfach nur zur Verfügung hatte An dem ganzen geilen Scheiß, den es so gibt Muss ich mal sagen Zum Beispiel Tai Chi ist verbaut Das Material ist ich schon seit Jahren so feier Bei meinem Tai Chi Flash 2.0 Modell zum Beispiel Mega geil Wer das noch nicht testen konnte bei Schuhen Gönnt dir einen Peak Schuh mit Tai Chi Das ist einfach bombastisch Du wirst diesen Unterschied sofort merken Ein absolut mega geiles Dämpfungssystem Die Schuhe sind dazu aus luftig leichten Mesh Material angefertigt So wiegt der Schuh nur rund 400 Gramm Trotzdem ist er auch unglaublich stabil Durch Einsätze insbesondere im Bereich des großen Zehs und des Außenfußes Dank der neuartigen P-Soon und P-Food Hole Technologie Wird der Fuß dadurch perfekt geschützt und gedämpft Der Vorfuß der Sohle ist mit leicht elastischem P-Soon High-Tech Material gefüllt P-Soon ist ein mikrogeschäumtes TPU Material Das leichter, stärker und elastischer ist Wiggins markantes Namenslogo findet ihr bei allen Schuhen farblich passend auf dem Schnürsenkelhalter Im Mittelfußgewölbe wurde jetzt nicht mehr Carbon verbaut Sondern P-Food Hold Und dieses Food Hold hilft dem Mittelfußgewölbe sich zu entlasten Und erhöht die Torresionssteifigkeit des Fußes Für noch mehr Bequemlichkeit sorgen zwei extra weiche Polster für die Achillessehne Und die Sohle lässt sich herausnehmen Falls du sie durch deine eigenen Einlagen ersetzen möchtest In vier Farbvarianten gibt es ihn Hier mit den Farben der Golden State Warriors Sehr stylisch wie ich finde Ganz in Weiß, in Schwarz mit dem Purple Und diese Farbe kombiniere ich auch sehr Mit diesem leichten, schimmernden Lila Ton Also wirklich sehr geil, sehr stylisch Ich habe echt Bock mit dem zu zocken Ich kann nur sagen Bei dem Schuh hat sich Peak auf keinen Fall lumpen lassen Das ist wirklich ein High-Tech End Produkt Mega krasses Ding Also von dem verspreche ich mir wirklich sehr viel Ich bin einfach nur noch geil drauf mit dem endlich mal in der Halle zu zocken Und den auszuprobieren Ich verspreche mir da wirklich sehr viel davon Unten im Videobeschreibung ist der Link dazu Zu www.peaksport.de Kostenpunkt 169 Euro glaube ich Ist vielleicht für den einen oder anderen ein bisschen viel Aber es ist halt wirklich auch die allerneueste und geilste Technologie in diesem Schuh verarbeitet Also du bekommst auch was für dein Geld Wie gesagt, für mich ist das absolut ein Ferrari unter den Piekschulen Und ein Ferrari bekommst du halt einfach nicht für 5 Euro Ihr wisst das ja selber, oder? Also auschecken, Feedback geben, eure Meinung Vielen Dank fürs Zuschauen Euer Mr. Mike Mr. Mike Bye Bye Bye